Ein als Lanina bekanntes Klimaphänomen brachte am Wochenende frühen Schnee inmitten sinkender Temperaturen in Nordchina, als das Land mit seiner schlimmsten Energiekrise seit einem Jahrzehnt zu kämpfen hat. Autobahnen wurden gesperrt, Flüge und Züge hatten Verspätung und einige wurden aufgrund eines Schneesturms in der Frühsaison abgesagt, der Teile Nordchinas, einschließlich Peking, traf. Es wird erwartet, dass sich das kältere Wetter nach Peking und anderen Regionen, die vom frühen Schneefall des Klimaphänomens Lanina betroffen sind, nach Süden verlagert. Als die Kaltfront von West nach Ost zog, sandten die Temperaturen auf Null und noch tiefer. Das Land hat Stromausfälle und steigende Energiepreise erlebt, und die Kältewelle dürfte die Versorgung weiter unter Druck setzen, nach den gestrigen Streiks in der inneren Mongolei und anderen westlichen Provinzen kam es am Montag in Peking, den benachbarten Tianjin und den Nordosten Chinas zu einem anhaltenden Schneesturm. Der nationale Wetterdienst sagte, dass die nordöstlichen Provinzen in den kommenden Tagen wahrscheinlich starke Schneefälle erleben werden, wobei kalte Wellen weiter nach Süden ziehen und einen Großteil Chinas treffen. Anwohner erhielten eine gelbe Warnung vor Erkältungsgefahr, die dritthöchste Stufe.